weiter geht's mit far cry primal also die letzten beiden folgen ich habe wieder zwei folgen ich mache wieder zwei folgen draus aus dieser überlänge hier ja das und das alles nur wegen einer blöden pflanze super eine überraschung ist jetzt wieder fein auf und lauern kriege ich die beide weg das war einer okay das ist auch so ein heini blitz heini genau dies war sie tot und die haben wieder zwei neue angelockt gut er ist tot gut auch die zwei sind tot also jetzt gesehen du hast okay mir nicht auf den sack alter käme hier nicht auf den piss alter kommen wir wieder hoch ja du stirbst wieder mal jetzt hast du mich nicht raten ich kann die zwei anderen wieder voll idioten auch wieder machen oder die 344 nein oder nein ich habe keinen bock mehr auf diese scheiß drecks mission was soll der scheiß ich hatte durch ich war da durch ich war vorbei an den idioten ich war so dadurch das kann es nicht glauben oder setzt ihr mir den check bei der so früh das heißt ich darf wieder alles noch mal neu machen ja genau so was war der meermann auf den piss geht machen wir das so ach ja ja das ist doch zum kotzen mit euch ey und da sitzt er mir den scheiß checkpoint zu spät na du musst ja nochmal sagen ich muss den scheiß höhen müssen aber natürlich hatte die alle down und da bin ich doch so im scheiß absprung und vorsprung heruntergefallen ey ich habe immer keinen bock mehr auf dieses spiel das geht mir gerade ein bisschen auf den piss alter ich will hier raus ich habe keinen bock mehr man das ist nicht normal ich muss alles noch mal neu machen was soll der rotz alter ja komm wieder angelaufen ihr klein hoch kleinidioten was soll jetzt her fuck mich nicht ab alter Ja. Gehen wir wieder runter. Alter, das war ich ein Pfeil. Oh, Alter. Oh Mann, ey, das ist nicht wahr. Ich hab ernsthaft, ich hab jetzt gar Bock, ich will jetzt dieser scheiß Höhle raus. Und ich hab immer, wenn ich die dauernd kriege, dann nötig, das geht nicht. Du musst die alle nochmal neu machen. Ich hab keine Lust mehr. Ernsthaft. Dieser scheiß Checkpoint, der geht mir so auf den Sack, weiß ich, ich bin eben da nur in so eine scheiß Felsspalte runtergerutscht. Ich hatte sie alle down. Ich hatte die Missgeburten alle down. Und dann sagt er mir, vergiss es. Warte mal, ich muss erstmal mit dem Sperr, den muss ich mit dem Sperr machen. So, die zweite down. Geh mir nicht auf, sag du Arsch, Alter. Jetzt. Ach Mann, haut doch von mir einfach ab, Alter. Maria, Maria. Maria. Mann, geht mir nicht auf, Sack. Alter. Ich schwöre, ich spreche das Spiel gleich ab. Das ist mir grad zu viel. Mann, ich hab keine Lust mehr auf euch. Ich geh mir nicht alle auf, gleichzeitig auf den Pilz, Alter. Da sind noch so viele, Alter, von den Humble-Männern, ne? So, der nächste. Der nächste. Boah, Alter. Boah, Alter. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, oder? So, Alter Ich bin auch in die andere Höhle gerannt Und ich hatte voll Ich hatte übelst Glück gerade Dass ich nicht unbedingt Oh Gott, was für eine Mission ist das denn, ey Das Problem ist einfach ich Ich bin in diese andere Höhle reingerannt Quasi nur auf der Flucht Eigentlich Jetzt habe ich natürlich nicht auch Muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder sterbe Ich will hier raus, glaub mal Ich mach drei Kreuze, weil ich die scheiß Mission durch hab Ist der Weg überhaupt richtig? Nee, ne? Kann man Ich weiß, ich kann mich nicht orientieren Hm Ich spüre, ich hab irgendwie keinen Bock mehr auf dieses Spiel Dann tötet er den Höhlenwächter erneut Ich hab die Schnauze so derbe voll Diese scheiß Checkpoint Kann man dir nicht endlich mal anders setzen? Das geht mir jetzt so auf den Sack Du musst den Höhlenwächter nochmal töten Du hast ihn zwar schon dreimal da Und du machst ihn dann nochmal Wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt nochmal schalte Dann mach ich das Spiel aus Und mach es nie wieder an Dann spiel ich mir an Mach ich ein anderes Display Ich hab so Ja, ernsthaft Ich hab keinen Bock mehr Normalerweise kein Problem Aber ich habe keinen Bock mehr Es geht mir gerade tierisch auf den Sack Mit dieser scheiß Mission Hier, ich geh mir nicht auf den Sack Alter, oh, ab von mir Boah, leck mich noch am Arsch Jetzt hab ich den Scheiß Hilfe Ich hab den Scheiß Hilfe Ja, Mann Ist gut Kommt her Ihr Klein Idioten Ah, Mann Jetzt Boah, stört mich nicht Ich hab keinen Bock mehr Geh mir nicht auf den Piss, Alter Hey, das ist nicht wahr Diese Körn-Körn-Körn-Körn-Körn-Körn-Körn-Körn Boah, das geht mir Kann ich nicht mich heilen Lass mich in Ruhe Lass mich doch einfach nur in Ruhe, Alter Ich will nicht rauskommen Ich will hier raus, Mann Fuck mich, dich alle gleichzeitig ab Ja, danke Okay, Mann Okay, Mann Geh mir nicht auf den Sack, Alter Ich hab keinen Bock mehr auf euch Ich mach dieses Let's Play aus Ich hab die Schnauze voll Tut mir leid einfach Es geht mir gerade so auf den Sack Die machen fünf Sperre in die Fresse So tossiert die nicht Du, 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 du Woll mal da drauf, du Idiot Tut mir leid, dass ich einfach gerade keinen Bock drauf habe Ich fuck mich gerade einfach auf dieses Spiel ab Ich spiele ein anderes Spiel Normalerweise breche ich hier keine Let's Plays ab Aber das muss einfach sein Ich hab die Schnauze voll Es tut mir leid Oder hab ich Ja, noch Ich muss noch mal ran Es tut mir wirklich leid Ich spiele dieses Spiel eigentlich sehr, sehr gerne Ich hab nur, ernsthaft, ich hab keinen Bock mehr Es geht mir Wirklich tierisch auf den Sack Ich kann nichts tun Ich verreck die ganze Zeit Ich komm aus dieser scheiß Höhle nicht raus Du, 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 du Zum 50. Mal Ich hab den Typen schon wieder down gehabt Nein, du musst mir mit 20 Mal hinterher rennen Und ich krieg die scheiß Pisser nicht down Es tut mir leid Es tut mir wirklich leid Ich möchte nicht Eigentlich kann ich auch nicht abbrechen Aber ich hab hier keine Lust mehr Sorry, ich bin raus für heute Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Vielleicht mit einem neuen Let's Play Ich hab die Schnauze voll Es tut mir leid Ich habe Ich habe die Schwueger